Art of Creativity Art of Creativity ist die Möglichkeit, sich frei zu entfalten im Ausdruck durchmalen, tanzen, singen und schreiben. Und an diesem Workshop hat man die Chance, in einem wertfreien Raum das zu lassen, das geschaffen werden möchte. Den Ablauf von so einem Workshop kann man sich so vorstellen, dass wir am Anfang zusammenkommen und in Ruhe gehen und von dieser Stelle aus den Raum erkunden, erforschen. Und beim Hauptteil geht es dann darum, sich frei zu ausdrücken und genau zu spüren, was fühle ich jetzt bewusst und was entsteht aus diesen Gefühlen. Und mit positiven Erlebnissen in diesem beurteilungsfreien Raum, wo jeder Mensch so sein darf und das mitbringen und spielen mit den Sachen, die wir sind, dann gibt es die Möglichkeit, dass sich Lebenssätze transformieren und aufheben können. Art of Creativity ist eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit sich selber und auch in der Gruppe. Ohne Ängste, ohne Zweifel, ohne Bewertung. Und zu sagen, hey, das bin ich und das ist jetzt gerade da, das ist mein Thema und das zum Ausdruck zu bringen. Und das ist mein Thema. Und das ist mein Thema. Und das ist mein Thema. Vielen Dank.